Seid mir gegrüßt. Es ist wieder Montag. YouTube News mit MrTrashback. Abonnieren, wenn ihr Bock habt, lasst mir das Intro und jetzt kommt Whatsapp. Ihr merkt, das ist die gleiche Aufnahme. Hier kann ich auch bewegen. Okay, ich lasse es mal so stehen. Und mir geht weiter, ist echt schön. Ich bin ein bisschen müde. Der Pläger, was mache ich hier? Ich komme gerade für eine andere Aufnahme. Wir machen direkt weiter. Vogel. Sapphire, geil. So, ich finde den Perspektivwechsel richtig nochmal geil. 11.40 Uhr. Clock. Ja, ja, maybe. Geil. Ich komme aber gar nicht runter. Vielleicht 4.11 Uhr. Äh, ich bin blöd. Doch, 11.04 Uhr. Das heißt, der Stundenzeiger sei nicht, der Minutenzeiger. Ah, hier. Was? Ah, doch. Okay. Die Jungen hat die Leert, wir gerade fertig gemacht. Wir rennen jetzt hier durch. Was geht ab, Bro? Wir lämen, wir liegen denn so lange lang wie möglich. oh mein gott so wie die rennen also das schlampfen macht mir macht die fertig hatte so soll das klingen nicht über mit der sex so dass sie eigentlich einstellen ich hoffe es sind hinter mir ist kein ritter ich meine die folge nicht aktiv ja so mit das text alter lässt sich ja richtig zeit weil ich weiß damit das text ist bitte auschecken so schnell okay gut wir sind sicher hier sieht richtig okkultisch aus alter das war das war andere war nicht so gut getimt so ähm älch du bist ein bird du bist ein fisch glaube ich schlange war das ein fisch oder war es doch ein elch hier ist er ehrlich machen wir den hier vogel das finde ich gut alte den spieler aus der com den spieler aus der kooperation herausholen wir können nicht schießen jetzt finde ich geil finde ich richtig gut die gehen richtig ich möchte gucken was dieser scheiß dritter verpüßt sich nicht schlange oder ne fisch oder sowas großes wasser ziel so ist jetzt schlange ja ja ganz schnell raus hier schlange schlange das ist ja ich bin ich wäre so tot alter ja ja im real life gibt es noch einen scheiß nicht ich weiß ich weiß ich weiß ich bin ich blöd bin ich wahnsinnig bisschen vielleicht Digger wie viele sind noch hier oder das symbol hat mich in einem spiel aber ich sag es nicht mod so ey das ist ein simples ausbauen das gefällt mir geil he he let's go so gehen wir hier runter da das da family sind ja oh fuck wow wieso wir jetzt hier durchkommen wir haben kein licht okay ok 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 wie cool ist das denn ich werde schnell schnell eine ganze armada von den jungen braucht man nur jetzt hier hoch laufen die hat einfach fahrschule leben und dann groß ich glaube ich muss dann raus raus runter laufen lassen dann aus welchen jeder jeder mein mensch ist ehrlich so wir laufen hoch und dann oder ein dritter will auch wieder runter jetzt 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 vorbei rauchen haha schwachkopf gut junge weiter laufen weiter laufen okay tactical junge war das was verlaufen alter bitte die rennen einen die verfolgen einen richtig leon ashley you're right yeah give me a sec i'll get you out Hey, try this. Can you make it down? I can catch you. Yeah, I think so. Was zum Fick ist das denn? Alter! Junge, weißt du, wie das aussieht? Wie so ein Viech aus diesem Shama-Shamala-Film The Village? Shama-Shamala, kein Ahnung, der Typ, der Seven Cents gemacht hat, der Film. Gut. Ich kann nur drei oder drei machen, ne? Pff, das ist wichtig, das ist mir nicht so wichtig. Von Eiern weiß ich nicht. Ich glaube, Shotgun-Sharecraft-Bonus ist mir gerade wichtiger. Center, ne? Ja. Ne, right. Du in der Mitte. Ich habe gespeichert. Ne, ich speichere nochmal. So, was ist der Amber geworden? Sorry, nothing yet. But my little helper is creating quite the commotion. Everything will work out just fine. As long as you can keep your dog under control. He's a good boy. Predictable. Fine. Keep your mutt. But don't come crying to me if you get bit. Leon, changed your mind yet? Ada? Assuming you haven't, I've got a tip for you. Seems like something big is about to go down in the throne room. Babysitting's tough, huh? Hey, Ada. Ada! Perfect. Yep. Yep. So. Same as ever. Yes, but I want... ...the Ratten to bring. Hey, actually, there's stuff dropped. Like a Minecraft... ...mob. Okay. I have a false avatar. Merciless night! I think a brave star willing to dispose of the... ...monstrosity of a knight, but he... ...but we want it is much stronger than Dardos. He cut down our best with a single strike. Oh, man. Ich will doch nur eine Mission erstmal fertig machen. Oh, okay. Machen wir das. Wo befindet sich der Lappen? Ja, natürlich im Mausoleum. Okay. Okay. Keine Ahnung, wo lag hinter mir. Bin ich eigentlich dumm oder so? So. Da geht's wo lang? Hier rechts in den... Da will ich nicht hin. Ich will erstmal hier noch ein bisschen aufräumen. Ich will ja noch in der... ...Bücherei... ...aufräumen. Im Mausoleum aufräumen. Und... Nee, weißt du was? Wir gehen einkaufen. Wir können das nicht so... Ich will eine Ratte töten. Vielleicht finde ich ja jetzt schon hier eine Ratte. Muss gar nicht so weit runter. Ich will das nicht so weit runter. Ich hab da sowieso nicht. Ich muss in der Library suchen. Jawohl. Okay, das passt schon. Okay, dann bleiben wir hier. Ich hab Blut geleckt. Wo ist die Ratte? Die Wechsel können wir auch gleich erledigen. Die Droppen Spinal. Alter, wie geil ist das denn? Okay, gehen wir weiter. Guck mal, wie der Schottgang hält. Richtig, richtig gut, Alter. Richtig professionell. So, wir mähen den nieder, Alter. What's, Alter? Komplique, laut, down. Ah, Junge. Ich bin schweißen müde. Am ganzen kommentieren. Komplique, large, downfall, sound. Ah, Junge, ich kann nicht reden. So, wir brauchen genau die Seite. Aber andersrum. Oh mein Gott. Oh, let's go. Ich kann nicht mitnehmen, oder? Haha, wir haben ja klar. Scheiß, die Wand, da. Fuck. Ich muss noch zurückkommen. Egal, wir gehen runter. Der Typ hat einfach ein M4-1, so ein scheiß Schloss, Alter. America moment for real, for real. So. Ich will jetzt nur eine Ratte finden. Schmiff, 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 alter. So, auf jeden Fall, ich schmiff, 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 alter. Oha, 9000. Klass, klass, krass. 4.000. Ich werde fucking reich, Alter. So. Aber ich brauche noch eine Ratte. Weißt du was, aber ich kann schon mal craften, ja. Ich bin ganz da ja an Shotgun-Munition, weil ich will diesen, ich will diesen Mighty Knight umbringen. Deswegen baue ich jetzt mal Shotgun-Munition, weil es braucht einen Lapis-Tazuli. So, und danach baue ich mir eine Flash-Grade, um den zu stunnen. Das war schon, okay. Und wir bei uns ein Mix-Turb. Scheiß mal aufs Rote. Warst du echt ein Fehler? Ich habe keine Ahnung, mir egal. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, wir müssen den Ratten noch umbringen. Kann ich mal einfach einen Squeaky Squeak machen, Alter? Squeak Squeak, du Hohensohn? Keiner? Kann ich Platz machen für die M4? Keine Chance, Alter. Vielleicht, wenn ich mir Sachen verwende. Aber jetzt verschiebe dich mal hierhin. So, nehme ich. Ja, keine Chance. Aber dann schon wegen diesen 300-Items habe ich Probleme. Na, keine Chance. Ich könnte Waffen ablegen, aber das will ich nicht. Library, Ratten, Grand Toll, Ratten. Soll ich angehen, dass wir keine Ratten mehr sind. War da gerade eine? Ich bin bei Sachen ein, Alter. Weißt du, wir gehen runter zum Modulieren und bringen den Typen. Weißt du was? Ich habe mich gerade entschieden. Wir bringen das Monster um. Auf dem Blick jetzt vielleicht eine Ratte. Jetzt hat ich ganz laut machen. Na, egal. Halber runter. Der hier anscheinend, okay. Alright. Time to get medieval on your asses. Time to get medieval on your asses. Das ist ein geiler Spruch, Alter. Ich hätte nicht dann, dann nach hinten laufen sollen. Wow, das ist eine. Echt schnell Reset. Oh Gott. Ich höre zum Arsch. Oh Gott. Das war's. so wir müssen kraften ist okay ist die mission ist vorbei oder muss ich noch alle umbringen da unten war nichts mehr so was ich abholen konnte oder sicher sicher vielleicht ist da was neues gespawnt aber ich glaube das passiert nie ich liebe es fegte zu verbreiten ist einmal nur ein messer und ich werde nicht aufhören bis wir jetzt die rot haben dieses schiecheln ich dachte beim fiepsen von der rotte wer vielleicht schon noch hier noch eine ich war ja wie ganz verkauft zu gehen okay ich wollte im gedruckten ich wollte im gedruckten auf sie zuschlagen aber naja so sprich mal hier als würde man casino spiel ohne scheiße zu verkaufen weg mit dir 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 warte 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 da machen wir jetzt was fettes rein das ist gar nicht so fett ist ja gar nicht fett okay habe ich doch einfach diesen blauen nö ich hatte macht kann das dann hier dabei machen vier colors four gems of the same color habe ich nicht okay das ist schon ganz gut i guess sind hier die farben noch nicht gleich oder nicht auch das gleiche also vier die gleiche farbe oder vier verschiedene farben vier verschiedene farben haben wir hier das ist ganz gut was beim trio ganz gut da mal dieselbe farbe drei verschiedene farben ich warte nicht auf roten dinge ich verkaufe ne ich kaufe kein stone wobei da könnte ich dann ich war aber warum du kannst du kannst du kannst jetzt ein bisschen anscheinend sagt ich mache das nächste trottel aber ich mache das jetzt nämlich machen wir das mal gucken mal wie viel wie viel ich so plus gemacht habe so machen wir hier das kann ich für 22.000 verkaufen so machen alle raus machen hier und machen hier also raus jetzt legen wir dreimal die hier rein pro gamer move 37.000 bonus inlay so legen wir dich rein legen wir dich rein legen wir dich rein legen wir dich rein 41.000 ok dann machen wir ein bisschen weniger minus aber wir machen habe ich allgemein mehr plus deswegen verkaufen du weg du weg du weg du weg 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 mit schicken brauche ich nicht ganz ehrlich ich brauche kein schicken und luister brauche ich auch nicht so und verkaufen fucking viel geld junge wir können striker kaufen holi shit ok ok ganz ruhig so und wir müssen massiv upgrade nicht grade ich upgrade massiv die ist aber so das upgrade nicht so teuer ok wir machen die schott kann denn die ist noch mal geil so machen wir einmal capacity und widerspiele und mit der feier so bei der greifen müssen wir auf jeden fall noch erhöhen so und wir schicken noch was machen den paar kleinen sachen äh wir schicken noch ein paar bisschen geltende kleine sachen wie so hier äh rate of nee ammo capacity und hier reload speed ist eigentlich nicht so wichtig hier ist der reload äh rate of fire ist hier ja das brauche ich ja nicht ja laber richtig ganz voll alter auf sagt mir ich habe einen charme verkauft was ich benutze brauche ich habe einen schmau schmau anilu ist doch ganz gut oh man doch dann peter und maria nicht wir können aber gut ich glaube wir können nochmal wieder einkaufen was man sagt mir nicht wieder einkaufen brauche ich kann nicht einkaufen scheiß die wand dann aber wir holen es mal kann oder kann auch sonst sparen können aber ich kann hier maria und dann peter verkaufen galt aber auch wie das fertig ist ach ich hab einen verschwendet ja komm die können weg oh jungs ist so mies alter ich bin so dumm junge glaube sogar mal erwähnt aber naja wir könnten neu laden aber ich liebe meinen fehlern was ich erwachen kann ist vielleicht das bessere zu spielen weil wir kommen wir gehen gern bin jetzt nicht wirklich gern bin aber wir versuchen jetzt 100% zu bekommen 2 1 begin 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 1 3 2 3 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 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 6 6 7 6 7 7 7 7 8 8 9 10 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 7 5 5 5 5 6 6 6 6 7 5 6 8 9 9 10 11 12 5 7 9 9 11 7 8 10 10 11 12 13 14 14 Ich probier's noch mal. 3, 2, 1, beginn, double kill. You're an artist, mate. Superb shot. You're an artist, mate. Oh, beautiful. Okay, ich dachte, vielleicht verschlecht sich so ein Emblem hinter dem Fass. Wie bei dem TMP-Challenge, da. Oh, fuck. Komm, es ist nur einer. 3, 2, 1, beginn, double kill. Superb shot. Oh, beautiful. Superb shot. Oh, beautiful. Reload. Come on. Come on. Come on. Let's go. Very good. Incredible. Great. You missed. Fuck. Scheiß die Wand dann. Okay, scheiß drauf. I dare say we've underestimated you, mate. Okay, mach mal da die 8.000 voll. Komm, wir kriegen das hin. 3, 2, 1, beginn. 3, 2, 1, beginn. 3, 2, 1, beginn. Okay. 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 I need to go. I need to go. Come on. 3, 2, 2, 1, beginn. 5, 2, 1, beginn. 5, 2, 1, beginn. 5, 2, 1, beginn. 5, 2, 1, beginn. okay vielleicht ziehe ich jetzt 2000 jetzt okay 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 Triple kill Superb shot Very good Sorry mate, that's a penalty It's a bullet bonanza Fire everything you've got Jawohl 12.000 Puh, immerhin habe ich das geschafft Okay Gehen wir hoch und lösen bis einem vielleicht Kriege ich einen guten Ersatz für Louis Das ist gut Nicht so gut wie Was wir vorher hatten Aber das ist gut Louis unbeloved Halt's Maul Gut Das heißt Wir haben Kann ich irgendwas sagen Lagern Ich packe mal glaube ich Die TMP weg Ja Kann ich die Store Die Parts dann auch Ich lagere mal die TMP Pistole ist gut Die behalte ich Ich weiß gar nicht welche von die ich nehme Sagt Vielleicht mal Ich bin jetzt überhaupt verweistet Das Gut Dann speichern wir hier wieder drüber Und craften uns jetzt schnell was Hand kann ammo kann man jetzt nicht craften Sieht gar nicht so gut aus Komm gib mir dann Ich glaube backed Ich gebe dann dann Alles mini Ich kenne es ich kenne es Ich kennen der Wir beschreiben dann Ich schriften hier gut waren wir hier schon unten es sei denn der audienz das audienz chamber ich wirklich durch ich glaube es bringt mir nur nach hinten ich hole jetzt mal kurz die m4 von unten da gibt es nicht lang taktische taktische 60 rolle fucking tote tiere alter die fallen plötzlich nicht um und machen creepy stuff hoppla ich kann es direkt zur storage sind ich hätte es gar nicht naja ich nehme es mit let's go let's go hätte ich mir dafür abgibt kaufen sollen ich glaube schon oder komm scheiß drauf gucken wir uns mal das ding an oh mein gott ich zoome sogar in einsatz rein krass das munition brauchst das model ist aber nice da steht aber nicht wo ich brauche ich glaube es klappt machine kann irgendwo oder macht das sinn glaubt nicht ich laufe ein bisschen mit dem ding rum ok aber wir machen mal weiter was war da hier was war da nochmal das war da war auch noch was und ich will so vieles mitnehmen wie es geht ich bin armes fuck es geht auch 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 es steht da habe ich nicht mehr so ah fuck ich kann nicht belegt so genau da war nicht was und fd konntest nicht nehmen deswegen mussten wir dahin irgendwo ich hier oder war das ach das über uns ok da geht noch mal zurück ja das stimmt, die geht die Leiter hoch ok gut wenn es Auto stößt, habe ich ein ungutes Gefühl man was ist los zurück Moment mal da die, oh mein Gott ich bin blind ey das ist ja mein Name oh ja das hat mir gebraucht Golden Links verkaufen wir die jetzt oder später wer verkauft jetzt Ach da kann man Sachen reinlegen, wie geil ist das denn? Geil, feier ich da steht aber nicht was es schießt naja next time buy something what about you suck my cock digger ja gut, legen wir die im vier weg ich weiß nicht ich habe das Gefühl, dass ich die nicht so gut verwenden werden kann erstmal lass ich was craften ich kann nichts craften, was mache ich ja ok gut, aber das war es jetzt mein ganzes Gefecke wir speichern nochmal kurz weil ich habe kein Bock für das Spiegel, ich habe Schlitze da draus ich schreibe mich dann nochmal ich hoffe ich habe es nicht bloß ausgemacht, ne habe ich nicht und wir gehen jetzt weiter endlich endlich warte mal kurz, ich war gar nicht in der Armory oder? ach doch ja digger okay dann doch wird's nicht komplett fertig okay gut wir gehen weiter, wir gehen jetzt nicht den großen Plot nach wir werden jetzt nochmal wir spielen ja eigentlich die ganze Zeit Yoshi Islands man ja digger nicht da einlaufen alter sorry ich bin aus dem irgendwie aus dem Spiel rausgeta- hallo? sag mal ach unter mir digger ich Junge ich bin so lost digger nichts hier meine Frisse mein brain jetzt guckt alter 3 Stunden Aufnahmesession ist irgendwie zu viele ich weiß nicht warum es zu viel ist ich habe mal 9 Stunden das Session aufgenommen 9 Stunden anyways ganz sicher hier war nichts mehr oder? Moment da ist doch noch was alter jetzt reicht's mir langsam aber wo bist du? oh direkt vor mir komm ich besser dich so schade ich kann dich nicht reinlegen aber ey jetzt haben wir wirklich alles jetzt können wir in Ruhe weiterlaufen das Flackern am Boden das sah aus als können wir damit interagieren aufmachen die Tür jetzt geht weiter oh fuck fuck sag mal dreimal ist der Charme ok ha also danke fürs Zuschauen es ging weit nein Spaß wir gehen hier rüber Insekten Insekten Spinnen und Insekten beides was ich gar nicht abkann oh hallo holy shit das sieht nach einem fetten epischen Ort aus dem wir fett kämpfen und alles vernichten werden Cornicles of Pursuit 1 July 2 years since my awakening Master Ramon has bestowed upon me a truly righteous undertaking to improve upon the flaws of our human form to seek perfection as observed in our Afropodal siblings to this cause I shall willingly reward my life January 4 years since my awakening my efforts to transfuse the black liquid into the body are the precipice of success precipice ich habe das Wort noch nie gelesen the womb is the key a pure soul proves to be highly maleable and adaptive subject January 6 years since my awakening I have named these sacred larvae carried in the womb of the chosen U2 after my own they shall carry the prestige of my family name as if I had spawned them of my own flesh the U2 are now close to the size of adult humans and they continue to feed and multiply and I have success created a new species Master Ramon has recognized my efforts and blessed me with his praise he has taken to you too calling them Novistador meaning the unseen I have been told that this holiness Lord Settler himself has also expressed pleasure with my work what an extraordinary honor this is I can hardly see this tip of my quail through the tears of joy okay his sample servant easy draw easy draw easy draw uriarte talavera okay er hat zusammen mit Ramon diesen dieses virus ding entwickelt I guess Lord Settler wie ich wie ich ihn auch gerne nenne Adam Settler äh Lord Adam Settler kann ich nicht überspringen, Alter aber ey ich finde riesige Granaten dann kann ich die nicht ähm okay die Treppe aber ich nicht auf normalen Wege oder doch ich glaube wieder scheiße, Alter oh Gott nicht den Virus diese Viecher diese Viecher hat er mit Ramon gemacht alter das ist nochmal ein Herb das ist nochmal ein Herb der der da wird der Wetter schwingen, Alter oh blüht die Pink hat sehr tief verstört Ich hab mir nicht was das war. Boah, fuck. Ah, Junge. Verpilch dich, Alter, Dreckszell. Ich bin grad ein bisschen sprachlos, weil ich muss grad fokussieren nicht zu sterben und zuviel wie es geht rausholen mit meinen Stuff, was ich habe. Stuff-Maschinen habe ich nicht, Rifle habe ich nicht. Na ja, dann habe ich, ich brauchte mir Ralf-Munitionen. Wie viele sind das hier? Ey, da sind jetzt mal ne Bärenfallen, Alter. Soll ich immer in die reinlaufe. Ja. 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 bauen wir mal das ich hab kein yellow herb falls es noch schlimmer wird oh jungen alter nein nein du flotter mann ich mach dich jetzt fertig alter die musik war auch nicht besser ohne kiste ja ja noch mehr kiefer junge soll wie gott so fertig hätte oder ist die leitung so ich würde flattern also luft gaming der gerade macht luft gaming ja irgendwas in luft stattfindet welche grund gelandet sie würdest du auch nicht wegen der landung in zum platz gebracht hatte durch wir fragen was ich jetzt machen soll sich alle umbringen wie lange wie lange noch oh mein gott die warte mal kurz leute ich muss noch kurz meine aktien stecken bei triple was ist doch gut dreimal die gleiche farbe das geht ja leider nicht weil ich kein rotes habe ansonsten free collos habe ich viel collos drin oder nee dann machen wir dich da rein jawohl ja das ist geil gut aber jetzt soll ich hier hoch ne Junge die musik warf ich grad so kirre alter blöd wird er schon tot oh eigentlich vorbei alter das war grad nicht angenehm man fucking hell alter doch ein timer alter ok google stellen timer auf 30 minuten so der händler müsste jetzt offen sein i guess ich habe ihn gesehen da im seitenblick mit meinem kriminellen seitei ok es geht noch nicht auf ich verstehe ich verstehe das heißt wir müssen hier hoch und dann aufs andere seite rüber hey warte da liegen ressourcen ich brauche alles was geht aber das nebel so schon runter nicht schon wieder digga ich glaube aufs andere hebel ja ich hätte es mal besser checken sollen aber ich war bete gehen frauen dass ich mit diesem fucking kämpfen gekämpft habe alter ich höre sie wieder an warchen schweine allesamt schweine ja da muss ich kopf und wir gehen weiter Der Junge, warum muss er wirklich lachen? Kannst du den F*** ab, Digga? Digga 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 Ich nenne einfach mal meinen Digga Digga For real? Äh Weiter unten, oder? Wo ist das? Bro, mein Name, ich bin scheißig sonst blind erhabigt F*** F***, wir sind ein Video, der im Keller Scheiße Geh an die Verschwende ich keine Besondere Munition Komm her, komm her Komm her, komm her Du auch, du, 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 du Stell weg, stell weg und Und jetzt hier, oh f*** Aber ich hab nicht eh gewückt, oh scheiße Weg, 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 weg Wow 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 Was ist das, Bro? Eieieiei Oh, ich bin zu tot Ich bin zu tot Ah ne, Moment mal, das sind die, wo man Wo man leise sein kann Ja, bei denen nicht Hallo Oder so, mach das so, mach das so, mach das so Ist gut Oh, ich sehe das Problem Oh, ich sehe das Problem Unicorn Horn Unicorns existiert noch gar nicht Wer von der Nade darüber Margarita Kann ich nicht mehr von jetzt Und abschlechten? Oh f*** Junge stimm ich auch an wie einer, alter Ich kann keine Highlights bauen, aber ich kann Flashbangs bauen Willst du was? Ich kann Flashbangs Ich kann nicht mehr, mach doch keinen Scheiß jetzt getötet von einem pleb alter getötet von einem pleb decke man ich habe alle umgebracht das ist so fast bier das so unfassbier aber es ist fanny aber werfen direkt die große nicht Werfen die beide da hinten hin? Jawohl macht ihn fertig. Ich bin fertig. Nein, ich hab... Nein, 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 du Schwanz! Oh, fuck! Ich nehm meinen Herb. Ist das schlau? Ne, das ist fegatum. Muss ich auch schlecht oder kann ich auch nochmal gehen? Ich glaube, ich kann nochmal gehen. Warte, ich lock die mal her. Mit dem Typen. Ich mach den von mir fertig, jawoll! 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 Ja, geil! Genial! Ich liebe dieses Konzept, das ist so cool gemacht, Alter! So, belaufen wir mal hier außen rum. Vielleicht legen wir von der Seite so schön. Aua, Alter! Bro, der Konfurenten. Also, das war's. Also, das war's. Das war's. Kom! Jawoll! Fast, Junge, geil! Fej, fej! Fej. nein 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 ich bin du 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 jetzt aber hoch das war intense junge damals war alles auf hier jetzt haben wir von beiden in das unikon horn das war krass ich war das konzept ist wirklich geil ich dachte ich bekomme irgendwas aber nein das war cool das fuck man all right wäre cool wenn es was droppen würde aber ne macht nicht okay die bolzen was mit da kannst du verkaufen weil wir würden sie deswegen nicht so sehr schön nichts schön gar nicht geil gar nicht geil ist das adam tenter nein nein Du kannst es weitergehen. Nein, nein! Nicht resist, mein Lieber. Es ist nur um, um zu machen, all die worse. Please, please! Wut der fuck? Hier sind wir uns, Herr Kennedy. Ich bin für dich gekommen. das war ein tanzmann wir gucken uns nicht so lange um ich glaube hier gibt es ha 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 we без welche hoch nur gesagt ich weiß nicht aber doch was machen die hier unten das ist jetzt wieder so ein fisch hier unten ich hoffe nicht heute sie haben sich verballert ich brauche auf jeden fall shotgun munition kraft bonus jawohl das sehe ich gerne machen muss twice as much three times as much ist besser waren sehr nützlich muss ich weiterhin das war das dicker ich will gar nicht hier sein also glaube ich will keiner die shit jetzt der große große arena aus gefällt mir nicht was mir gefällt muss auch erfunden werden du schwanz du schwitze schön zu ziehen gehen auch mal schnell ich habe keine lust hier zu lang zu bleiben sicherlich wie gehen wir sehen hier machen wir schnell da junge ich habe noch lehrt hast du gedrückt du bastard sohn alter einfach weiter laufen jetzt aber scheiße schau mal schnell schau mal schnell schau mal schnell die meagere scraps of food provided in the beginning are gone, they don't give us war the pains of hunger and thirst unbearable must have resulted to drinking the black water wahrscheinlich wird dir dann egal the first turn was Herminio he was so weak that he couldn't even walk but then suddenly became mad by the time his rampage ended two more deaths I think we shouldn't drink this dark liquid dear Albelardo he was also passed away he fought until the very end the only thing I can do now is honor the bodies and pray that the souls find peace oh lord why do you test us so ok we were put in here and I drank the black stuff that they to zombies as experiment or what with a plan I think it is a plan I don't think that these people here wannabe Wissenschaftler are like in raccoon city I don't know what it is oh what wait an organite ok now we go up so oh fuck scheiße das ist Adam's turn da kommt kurz zu über uns jetzt muss ich keine Ratten töten Moment ich kann da richtig viel kombinieren Alter mach mal alles raus hier so was kann man so schönes basteln bei wie viel sind da frei 5 geil jetzt können wir 5 basteln 5 ist das beste 5 gemstones of different color machen wir mal also das machen wir hier rein den machen wir dann hier rein den machen wir dann hier rein den hier da rein gut so der rest kann dann hier rein bei 3 war das beste entweder 3 gleich oder 3 komplett verschieden perfekt dann warten da fahren wir noch ein bisschen bevor wir dann irgendwas machen oh hier ist sogar Thrasher weil der schwäkelt sich ab fackt mich nicht mit mir Digga Moment mal ne das sind die gleiche Farbe das passt auch gar nicht da rein Digga wirklich andere Farben ok gut dann machen wir den wieder raus hm ok da kann ich den nicht raus machen ok gut machen wir einfach weiter und gucken dann da kriegen wir so einen 5 color bonus zusammen beziehungsweise ey ich höre ich höre da ein spinny boy alter du schwanz was steht denn hier emergency liquid nitrogen showers das klingt jetzt sehr formell requested by Isidro Uriarata Talavera date of installation november 2nd 22002 installation of the liquid nitrogen showers that were requested last month has been completed caution liquid nitrogen is an extremely hazardous substance exposure may cause blindness frostbent needn death handle with care ich gehe jetzt noch weiter ich gehe jetzt noch zurück ich wollte noch was rauschecken bro kämpft überall ist auch ein händler welcome welcome what can I do you for your valuables won't do you much good in the grave irgendwie wünsche ich mir das wir den typen ausmachen können denn oder gebt man so auf die eier wahrscheinlich für die m4 18 weg mit dem 30.000 ist gut aber ich bin gierig man weiß was ich meine ruby's all rubbish it makes no difference the price come to the dead so we gucken es nochmal an five gemstones of differing color also ich habe hier die drei viele passen da rein drei das heißt ich habe ich musste drei haben dann in roten dann ein was ist das sie da das sind volk das immer noch volk das bewerben wir schon rot bleiben kein gelb gibt es überhaupt müsste ich den jello stone finden da könnte ich mir eintreten den habe ich schon getötet kann es sein free rectangular ok war ein bisschen da war ein bisschen big money game jetzt wir kaufen uns einmal den hier und wir holen uns jello herb ja weil ich habe sehr viele rote gleich was dumm aber ich mache über weil ich sie mache über fehler als es selbst zu spielen jetzt nämlich können wir hier nicht drei gleichzeitig machen aber bei drei trio ist besser und gleich farben hat ok braun bisschen ja rein geschützt habe ich schon aber hier ist das beste verschiedene farben jetzt machen also einmal dich dann dich und dann dich so free color bonus 13 gut und bei dir machen das gleiche wochen hier da hier rein ich hier rein und das war's jetzt mal ich habe kommt hier rein kommt hier rein jetzt verkaufe ich den gold links gut nein nein nix verkaufen hier 71.000 semi-automatic shotgun mit farb weit spread make the effects close range habe ich nicht mit tiller getratet habe ich nicht ich brauche das eigentlich gar nicht ich brauche das nicht was ich aber brauche sind besser sind besser sind stärkere waffen und die kann ich abbreiten jetzt muss ich ein bisschen stärker machen und da machen wir reload besser brauche ich das nein also das wäre hilfreich aber weiter feier weiter feier und sparen erwarten ich brauche jetzt nicht so viel ich wollte hatte nicht irgendwie wie resource ja denn ich habe ich nicht mehr sicher gut ich würde sagen wir hören nicht darauf machen weiter ich will noch mindestens noch nach oben kommen oder hören wir auf wir gucken was da vorne ist im artefakt dann dann hör auf ja ja zeit abgelaufen ich weiß doch wir hören an dieser stelle auf also wir machen wir nächstes mal weiter war jetzt in 4 remake bis dahin